Willkommen zurück zu Fee. Was seid ihr denn für welche? Ihr seht komisch aus. Unheimlich. Ich geh einfach mal hin. Was? Ich wollte nur mit euch reden. Das ist ein Kinderspiel. Oh. Okay. Ihr seid böse. Ja. Guck mich nicht so an. Fee, geh. Ja, geh. Nee, 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 nee. Okay, wir können rechts lang. Gehen wir halt um die rum. Böse Dinger. Warum tun die das? Wer sind die? Oh, ich kann mich hier sogar verstecken. Gut, dass wir die gleiche Haarfarbe haben. Hallo. Oh, du schon wieder. Sie singen, mein geiles Stück. Oh, das Sounddesign ist so gut. Gut. Es passt. Bö. Achso. Juhu. Oh, da haben wir wieder eine Wand. Oh. Die Bösen sind schon wieder. Hey, Moment, da ist eine Blume. So, jetzt fehlt uns nur noch eins. Wo ist das? Äh. Wo ist die Blume? Ich will... Wie komme ich jetzt hier runter? Hä? Äh. Oh, 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 oh. Komm, nochmal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist so warm. Okay. Oh, ich finde ihn so knuffig. Hallo. Hi. Was? Was? Das ist Bambi in Ruhe. Oh, was sind das denn für Viecher, ey? Hey, das ist Bambi in Ruhe, Mann. Oh, da oben ist der nächste Kristall. Wie komme ich da hin? Ey. Geht auch? Hallo. Ach ja, du willst ja nicht mit mir reden. Äh. Okay. Hallo. Hallo. Ist hier jemand? Klar. Der Killer ruft jetzt um die Ecke. Ja, ich bin hier. Mit Frau und Kaffee. Äh. Da springt ihm das Auge raus. Ein Kristall. Oh, ne. Da sind die schon wieder. Passiert hier auch mal was? Hallo? Ach. Ich bediene. Oh. Moment. Ich bin jetzt einer von denen? Cool. Also so sehen die die Welt. Interessant. Nee, ich kann keinen Schleim schießen. Ich würde gerne meine Sahne überall verteilen. Was? Hi. Äh. Roboter? Piep boop, piep bap. Okay. War interessant. Glocke. Hi. Hey. Kann ich mit dir reden? Vogel. Ich hab nen neuen Freund. Ich hab nen neuen Freund. Was? Okay Wenn ich mich verirrt habe Und jetzt? Ach, jetzt fliegt er Sozusagen mein Navi Cool Twitter Ich nenne dich Twitter Hallo Nein Hört auf Was sagst du? Lass uns einen Kaffee trinken Okay Ihr Bösen Und jetzt? Wie? Aua So schonmal nicht Wie kann ich den jetzt befreien? Vogel 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 Ja das kriege ich doch nicht auf Ah aber du Das ist gut zu wissen Das ist gut zu wissen Oh Gott Okay Okay die Grapefruit Du kannst erst mit erwachsenen Tieren kommunizieren wenn du ihre Sprache gelernt hast Ja das haben wir schon festgestellt dass man mehrere Sprachen lernen kann Aber jetzt haben wir auch festgestellt dass Grapefruit gegen Zaun hilft Oh Hi Jungs Hört ihr mich? Hört ihr mich? Vogel Twitter Let's go Ach da runter Voll süß Spinnenähnlicher Roboter Wieso kreist du um den Busch? Oder soll das einfach nur sagen hier bin ich hier komm mit So Ui Ich das hin? Ja Ja mach auf Dankeschön Hier was gesundes Aber warum machen die das? Sollen die Roboter vielleicht Oder diese Dinger Die Menschen sein die alles kaputt machen zerstören? Okay ich soll hier hoch und da ist ein großes Vieh Gib mir das Zeug Wow Wow Was? Die boxen sich mit dem Hey Lass den in Ruhe Das ist der Twitter Chef Oh nein Oh nein So Bitteschön Mach kaputt Ey Die Tornen sind Eier Toll Twitter Chef hat jetzt keine Eier mehr Okay Haha Kommt davon wenn man sich mit Twitter anlegt und den Waldmann Wir sind eine Gang Das ist meine Hood hier Was geht Bro Achso Wo ist das Ei? Ich hab dich eingefunden Äh du kannst noch neben Ort einen Leitvogel herbeirufen Rufe dazu einfach für eine kurze Zeit so laut du kannst Ok Also bis das kommt Ist der Vogel angekommen Rufe erneut damit er dich leitet Ok Und wie er mich leitet Da hoch? Wie Komisch jetzt Am besten Hey Hey Steinrutschig oder was? Hallo Ah Pau Ähm Zio Ja Da Mio Ach Da ist das Vieh Ah Puh Wow Hallo Wo willst du hin? Okay, der legt das Ei da hin. Und jetzt? Achso. Da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Wir könnten einmal ganz rum gehen. Oder wir machen es direkt so. Hört er mich? Sieht er mich? Danke. Äh. Wo geht's denn? Ach. Ähm. Also manchmal stören die Blätter im Gesicht. Wo ist der? Da. Okay. Einfach mal so gehen. Was bist du? Okay. Rechts lang. Da lang. Ah. Was? Tu mir nix. Okay. Loch Ness hat auch seinen Gastauftritt. Da lang. Okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Ui. Hey. Heiß Kohlium. Ja, ich bring nur das Ei wieder zum Twitter-Chef. Ui. Ui. Da lang. Hi. Na, Boss. Was geht? Bitteschön. Weißt du, Sixpack, breit wie ein Ikea-Schrank. Aber ich, kleiner Forz, muss deine Eier holen. Läuft bei dir. Das ist mein Vogel. Ich muss twitter. Okay, zu welchem gehen wir? Vogel! Jep. Leite mich. Okay, da lang. Er geht vom linken. Er geht vom linken. Untertitelung des ZDF, 2020 Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ich sollte das singen sein lassen. Ne, Katrin? Pssst. Komm ich jetzt da hoch? Ey, lass mich da hoch. Was ist das denn für ein Idiot? Ja, wie kommen wir jetzt da rüber? Oh, Baum. Ich sollte mal mehr nach denen Ausschau halten. Äh, ja. Bleib an dem Stein hängen. Hallo? Was ist das? Äh. Der guckt mich doch an. Geh weg. Da, der guckt mich doch an. Nein, 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 nein! Nein! Woah! Get in, Paul! Ich versuche immer Doppelsprung, aber der hat ja keinen. Okay, der legt jetzt auf den Tisch. Das ist ja easy, den da so einfach alles so zu klauen. Na, komm. Kann ich da lang? Ja! Yes! Äh... Ah, okay, der sieht mich nicht. Juhu! Okay, jetzt nur noch das Ei schnell zum Chef bringen. Dann holen wir da dritte. Oh, Schnee! Oh, Schnee! Nicht das, was ihr dachtet jetzt. Ah, Gott! Du siehst mich nicht. Haha! Ich hab deine Kronio wählen. Okay, eigentlich die vom Chef, aber egal. Äh... Wir versuchen's. Geradimo! Ne. Okay, manchmal sieht man die Wege schon eindeutig, aber manchmal wieder nicht. Ja, ja, hier. Nimm! Kannst du das Letzte nicht selber holen. Tweety, Tweety. Leite mich. Okay. Ach, da hinten steht der ja schon. Ja, ja, ja. Dreh nicht am Rad. Uah! Dreh nicht am Rad. Ich seh sonst nix. Hör auf! Ja, hast du zu viel Kaffee enttust oder wat? Trink mal weniger Energy. Boah, das hier muss doch stehen bleiben. Hier gehen... Uah! Was machst du denn? Ich weiß jetzt gar nicht, ob... das kleine Ding hier Fee heißt. Oder heißen soll. Auf jeden Fall, wenn ich gelesen habe... angeblich soll Fee Eisen heißen? Also, ist der Klede jetzt Eisen? Oder soll der Wald Eisen sein? Weil das sind ja lebende Wesen. So, wo willst du hin? Oh, da hinten steht dein Kollege. Was? 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 Wie geht's? Alles klar. Dürfte ich das haben? Bitte? Bitte. Bitte. Nein? Scheiße. Schnell. Bordet ihr singt in full voice? A song of all alike. A song to break the silence. To heal the forest of life. To take the shadows, to be cunning and sly, to stop the evil, the silent ones, and make the world a home again. That's how the story goes, the story of the beast with those four dining halls, to fly, and to fly. Do you hear her? Can you hear the forest speak?